So, die feierliche Zeremonie kann beginnen. Ich als Vertreter der Berliner Delegation übergebe hiermit die Platte an die sächsische Delegation zur Gestaltung des nächsten Seminarkomentwerfes. Halt! Ich stehe noch mal, noch mal bitte. Dazu noch einen weisen Spruch. Es saßen drei philosophierende Hindus, ein Bucher des Indus. Ihr Problem, es war fatal, denn sie waren wirklich voll und voll, wüsste ich, es sind erst noch Hindus. Ich denke, den Plan aller recht zu können. Wir möchten uns bedanken bei der Sektion Preußen, an wir, die Sachsen und die Thüringer. Das Treffen war wieder wunderbar organisiert. Das Quartier, die Verpflegung. Der gestrige Tag im Bundestag hat gezeigt, wie anstrengend es für uns war und wie anstrengend es die Abgeordneten haben. Auch wenn es mit Mohammed nicht ganz geklappt hat, das wäre der Punkt aufs I gewesen. Sie hat aber doch daher ein süßes anderes Schäflein in die Herbe des Herrn zurückgefragt. Die Bärbel. Nennenswert ist auf alle Fälle noch gewesen die Multimedia-Show. Und hier bekommen wir Sachsen leichte Probleme. Wenn ich an unseren Rechner denke, 433 DX 2 MB Halbspeicher sind 2 MB Festplatte. Da müssen wir uns einfallen lassen, um das Niveau zu erreichen, was dieses Wochenende geboten wurde. Also, acht auf ein neues, in 5 Jahren. Vielleicht sind wir ein paar mehr, hoffentlich nicht der Reniger. Buntmetallverwalter. Buntmetallverwalter. Buntmetallverwalter, ja. Und gerade da ist es schwierig. Diese Platte steht die nächsten 5 Jahre in meinem besten Schrank. In deinem einzigen Schrank. Wer kontrolliert das? In der Schrankwand. Ich habe den längst übers Bett.